Du wirst es sofort erleben und spüren. Deine Lebensfreude steigt, deine Leichtigkeit nimmt zu und alles, was du in die Hand nimmst, gelingt dir viel, viel leichter. Drei wichtige Tipps, wie wir die beste Zeit unseres Lebens so schnell als möglich in unser Feld, in unseren Raum, in unser Leben bekommen. Genau. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, gerade kurz, 100 Jahre zurück, 500 Jahre zurück, dann erkennen wir sehr schnell, jetzt ist definitiv die bessere Zeit als vor 100 Jahren, als vor 500 Jahren. Auch wenn jetzt sehr viele Menschen schimpfen, sich aufregen, jammern. Ja klar, wir sind in einer intensiven Veränderungsphase. Ja, aber das war immer schon so. Aber jetzt ist definitiv besser als vor 500 Jahren, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren noch. Wie kommst du jetzt, so gut wie möglich, in deine Kraft, ohne dass du darauf warten musst, bis du in fünf oder sieben Jahren all deine Ziele erreicht hast, sondern jetzt. Ich habe vor kurzem einen Bekannten getroffen, der hat mir erzählt, ja, er geht jetzt in Pension. Und ich habe mich gefreut und habe gesagt, ja, jetzt kannst du alles das machen, was du dir immer gewünscht hast. Und er sagt, ja, würde ich gerne, aber ich habe keine Energie. Hey, ich habe alles in meinen Job investiert. Mein Job war der Lebensmittelpunkt. Ich habe keine Kraft, ich weiß nicht, was los ist. Siehst du? Er hat seine Ziele oder seine Lebensfreude in die Zukunft projiziert. Wir können das jetzt sofort machen mit diesen drei Tipps. Erster wichtiger Tipp. Achte darauf, dass deine Aufmerksamkeit, dein Fokus so gut wie möglich im Hier und Heute ist. Je weiter unser Gedankenspektrum spazieren geht, Vergangenheit oder Zukunft, desto unsicherer wird es. Desto mehr Fragezeichen bilden wir und desto weniger Antworten bekommen wir. Uns fließt permanent Energie ab. Das heißt, Fokus, Aufmerksamkeit so gut wie möglich im Hier und Heute. Zweiter wichtiger Tipp. Raus aus der Angst. Wenn du draußen bist aus der Angst, kann dich nicht nur niemand, kein Mensch mehr manipulieren, sondern du bist viel mehr in deiner Kraft. Du erhöhst dein Kraftpotenzial, deine Power und deine Energie mehr als um das Doppelte. Raus aus der Angst. Da bist du viel mehr handlungsfähig. Und dritter, allerwichtigster Tipp. Achte darauf, dass du jetzt nicht im Mangeldenken, nicht im Mangel bist, sondern in der Fülle. Wenn du jetzt in der Fülle bist mit deinem System, dann erschaffst und produzierst du alles, was du machst, in Fülle. Alles, was du in die Hand nimmst, nicht nur, dass du sofort mehr Energie und Power und Lebensfreude hast, sondern alles, was du machst, wird dir gelingen. Wie kommt man sehr schnell in die Fülle? Dazu habe ich drei einfache Praxisvideos aufgenommen. Die sind kostenfrei. Du findest unten einen Link, hüpf rein, dann siehst du sofort, wie du sehr schnell aus dem Mangeldenken in die Fülle kommst. Und dann hast du den wichtigsten Punkt erwischt. In der Fülle sein ist immer jetzt, Punkt eins. Und du bist frei von Angst, wenn du jetzt in der Fülle bist. Du wirst es sofort erleben und spüren. Deine Lebensfreude steigt, deine Leichtigkeit nimmt zu und alles, was du in die Hand nimmst, gelingt dir viel, viel leichter. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns, ich hoffe beim nächsten Video. Bis bald. Servus.